Hallo Leute, was geht? Mein Name ist Tim vom Kanal Fifa United und hier ein Squadbilder zu den Lautrohrbrüdern. So, im Tor haben wir Peter Cech mit einer 85er Karte, man kann nichts gegen ihn sagen, mit jedem Spieler, also mit dem Team habe ich 5 Spiele gemacht, ein Tor hatte er gemacht, das war ein Elfmeter und ein Patzer hat er sich eigentlich nicht geleistet. So, der erste Endverteidiger ist Mangala und der zweite Kolo Touré. Beide eine gute Füße ist, Schnelligkeit haben sie, der Kopf ist eigentlich auch stark. Ja, kommen wir zum ZM, das ist Yaya Touré mit seiner 90er Physis, eine überragende Karte, ein Biest sozusagen, hat eine Torvorlage in 5 Spielen gemacht, das ist als defensiver Mann ganz gut. Der Linksverteidiger ist dann Elisio von Benfica, Lissabon, er hat keine Torbeteiligung. Doch, ne Quatsch, hat er nicht. Okay, so, das linke Mittelfeld ist Gaetan, der hat eine Torvorlage in 5 Spielen. Ist die Info-Karte, die hat mir eigentlich ganz gut gefallen. So, der Rechtsverteidiger ist Konko, auch eine Torvorlage in den 5 Spielen. Der rechte Läufer ist Kandreva, eine Torvorlage und ein Tor, also 2 Torbeteiligungen. So, der ZM ist Laudrup, mit Vornamen Brian, hat 6 Tore in 5 Spielen erzielt als ZM, ist saugeil. Sein Dribbling, überragend, sein Tempo auch, die Karte ist so geil, ihr glaubt sich Leute. Dann kommt noch Michael Laudrup, der hat, jetzt habe ich die Tore nicht gesehen, der hat 3 Tore und 3 Torvorlagen in 5 Spielen, auch überragend. Ich finde den 87 gerateten, ne den 88 gerateten Brian besser als Michael, keine Ahnung warum, er gefällt mir einfach besser. So, der Stürmer ist Bentner und er hat 2 Torvorlagen und 6 Tore in seinen 5 Spielen erzielt. So, ich hoffe, das war's mit dem Squad-Präder, ich hoffe, es hat euch gefallen. Hier seht ihr nochmal das Team und jetzt, jetzt lende ich euch ein paar Szenen ein. Jo, ich sag mal bis dann Leute, ciao, haut rein. Jo, ich sag mal bis dann. Jo, ich sag mal bis dann. Das war's für heute. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020